Er ist zu schwer hinten. So. Das war jetzt einfach mal als Video gemacht. Vielleicht lade ich das dann auf dem Kanal auf. Ich weiß noch nicht. Also das hier ist unser... Ich weiß noch nicht. Wenn ich nicht unbedingt irgendwas schneiden muss, dann nicht. Das hier ist unser... Du musst rendern auf jeden Fall. Ja, muss ich doch mal gucken. Das hier ist auf jeden Fall unser... Unser... Äh... Ja, was ist das? Sollte mal ein Baumhaus werden, das fahren kann, aber... Da war's eigentlich nicht. Ich wollte nur aus dem Weg. Jetzt ist es ein Stück Holz mit Rädern. Und ein bisschen Stein vorne. Und ein paar Motoren. Äh, die Motoren sind unsichtbar. Und Paul, der da rum sitzt. Neu. Und sich folgendermaßen fortbilden. Ja. Ich komm da eigentlich nicht rein. Ich glitsch da die ganze Zeit nur durch. Bist du überhaupt? Ich steh eigentlich neben dir. Ja. Okay. Okay, ich mach mal einen Screenshot davon, wo du grad wirklich stehst. Jetzt rennst du grad auf mich zu. Aber rückwärts. Hä? Fuck. Ah lol, du bist... Ja. Hier liegt mein Fahrzeug. Hä? Das liegt bei mir hier? Jetzt ist es weg. Jetzt ist es da. Hä? The fuck. Ich kann dir das nachher schicken. Das lag auf jeden Fall nicht hier. Es lag da. Komisch. Desync. 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 Oh, ich sehe. Du hast eine Treppe gebaut. Ja, damit ich besser reinkomme. Funktioniert doch nicht so ganz. Ich versuch das ganz noch durch die Stoßdämpfer jetzt auszubalancieren. Äh. Oh. Kla... Ah. Gib mal Gas. Ach so. Ne, ist zu wenig hin. Was? Nochmal. Immer noch zu wenig. Ah... Oh. Mach jetzt mal. Oh oh! Paze! Okay, was was? Warte. Warte. Will halten! Versuche ich gerade. Bruh. Was? Kipp. Leicht nach vorne. Ähm, okay. Moment. Gewichtsverlagerung. Kipp immer noch nach vorne. Was machst du da? Na ja, wenn du Gas gibst, gib mal Gas. Ja, wow. Wir teff. Im Stand ist dann so. Krass ist, du hast halt Front- und Hinterradantriebe. Also eigentlich hast du Allrad. Das dürfte überhaupt nicht passieren. Nur. Bruh. Kann nur sein, dass irgendwas zu schwer ist. Das ganze Ding ist zu schwer. Ist ja egal. Ist ja egal. Folgendermaßen fortbewegen. Also es hätte ein Roboter werden können. Wir hätten nur Bein dran bachen. Drei. Drei. Kann Teuer ein Satz formulieren? Oder kann er es nicht? Mal ganz kurz gemutet. Okay. Okay. Shit. Niemand hat was gesehen. Ähm. Ah. Nice. Wo ist denn hier? Ich würde sagen, wir löschen das Teil einfach. Warte, warte, warte. Ich will was testen. Jetzt habe ich Leon die Rechte zurückgegeben. Jetzt habe ich nicht mal Danke gesagt. Ah, schluck. Soll ich sie ihm bitte wegnehmen? Das war mal wie, 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 wie. Toll. Jetzt muss ich nochmal nachgucken. Ach so, geht nicht. Ah. Jetzt fährt der Fahrstuhl ohne mich nach oben. Okay, warte. Ich muss was testen. So werde ich das. Whatever. Oh! Au! Fast vor meinem Kopf. Wir da. Nein, der Baum! Out of nowhere! Oh! Scheiße, ich hab schon wieder so'n Bombe gefahren. Out of nowhere einfach nur. Hatte keine Chance. Verpiss dich doch mal! Das Baum wieder einstellen. Versuch ich ja gerade. Warte, das haben wir gleich. Ähm. Ähm. Weißt du, was ich jetzt mache? Hau! WTF? Hau! Das war ein klassischer Bodycheck. Ich habe den Baum begattet. Jep. Von hinten. Hart. Okay. Ähm. Äh. Ja. Das wird mir zu viel, ich leg mich hin. Da ist ein Knopf vorne dran Ja, ich seh schon Jetzt musst du auch erst die Treppe rausfahren Finde heraus wie Da ist noch ein Knopf Das war schwer, ha? Warte mal Ah lol Oh mein Gott So simpel und du freust dich Ich hab ne Latte, lass das Als ob das Warum geht das? Warum? Ich dachte jetzt so Ja, sitzt du auf dem Finger? Nö, sitzt du einfach auf seinem Gesicht Das ist mir zu gay Loll, man kann sich hinlegen Und man kann sich auf das Kissen setzen Warum? Na, warum nicht? Nein Nein, der Hobo Nein Ich flüchte Oh oh Ähm I have a little problem Ich hab die Klobe eingesperrt Ja Lol, hä? Bist du dumm? Ja, wo ist der Knopf? Ah nee, warte, man muss erst das hochfahren Und dann Ich weiß nicht, ist da was im Weg Nein Was ist das denn? Nee, falscher Knopf Wow, krasse Tür Mit einfach einem Block Ja Ja Hättest du die Uhr weglassen können Nö Das sieht auch cool aus Ich hau ab Moment Alter, wie das aussieht Bei Weitem Da hinten liegt immer noch der Reifen Da liegen noch zwei Reifen Ja Der andere ist irgendwo verschollen Ach nee, da liegt er Ach Bro Oh Gott Ich hoffe Warum Warum Hast du eigentlich Zwei Fahrstühle gemacht? Einer hätte doch gereist Na ja, hinten und vorne Ja, warum? Atrium stehen auch zwei nebeneinander Ja, damit eine mehrere Personen gleichzeitig hochfahren können Aber hier fährt ja maximal einer hoch Das weißt du doch nicht Doch Möchtest du etwa einen Moderator machen? Kann ich machen Was eigentlich hier mit dem Weg passiert Gingen dir hier die Steine aus, oder? Oh Noch mal kurz so gefragt Oh, oh, ruckel, ruckel Weiter Weiter Äh Warum leckt das so? Ich glaube Ich glaube, du weißt, was du leckt Hm, was könnte das Alter Okay, scheiße Hast du es wenigstens gespeichert? Nope Ja Das war eine Missgeburt Aber eine tolle Eine tolle Missgeburt Was tust du? Ich teste was Ähm, nee Warte mal Erst muss noch eins nach hinten Oder so Musik kann ich Ich hoffe mal, so passt das jetzt So muss das Abschließend Direkt beim ersten Match Direkt beim ersten Match Wird das umgehauen Abschließend hier mit der Ecke Ich glaube, das wird echt Wobei, kann man das mit dem Boden verschweißen? Nein Und wenn wir das einfach eins weiter Gruß machen Und das dann damit verschweißen? Habe ich probiert, geht nicht Hier Jetzt Du bist Und es Ja, das wird Für Ich bin versohend Ich bin Ich bin Du siehst mich gar nicht. Weißt du warum ich dich gesehen hab? Weil das Zeug was man hinten im Rucksack hat, guckt bei dir durch die Wand. Doch, deswegen hab ich dich jetzt hier gesehen. Wir haben schon drei unterschiedliche Fahrstühle, das ist doch für mal was. Die sind total unterschiedliche. Ne, der hier, der andere und dann noch der andere. Oh, oh shit. Alter, was war das gerade? Das hat gerade hart geruckelt. Moment, Moment, warte, warte. Komm auf! Hörte dich gleich. Oh mein Gott. Weg ist er. Da ist er wieder. Weg ist er. Da ist er wieder. Au. Au. Stehst du jetzt da drunter oder was? Nein! 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 Das fängt übelst krass an zu decken, alter. So. Nein! Lass das! Lass das! Lass das! Ich sagte lass das! Es leckt! Wack! Hm... Funktioniert nicht. Oh es sieht cool aus. Das leckt schon wieder. Alter, was ist das denn?! ich gucke jetzt mal nach was das ist es kommt auf jeden fall von hier unten du wirst nicht rausfinden was das ist aber nimm mal dein verbindungstool in die hand und guck mal wie viele lichter hier sind ja deswegen ja das könnte lecken das ist doch nur mein vier rad angetrieben ist das ist nicht an dürfte eigentlich nicht lecken es könnte sein dass in der luft doch irgendwo was von justin rumfliegt es hat nie richtig funktioniert du hast zwei ganze rechte linke seite jeweils steuern dann spring ok das problem ist jetzt jetzt fliegt es halt jetzt durch die kante ich weiß ich sehe es ich sehe auch dich da fallen wo bist du da bist du jetzt ist es weg jetzt weiß ich nicht mehr wo es fliegt aber es liegt nicht ich hole was zum abholen ok stellen wir vor alter wir bauen da so auf einmal kommt es von irgendwoher so angeflogen und fliegt das einfach nicht zu sich was haben wir denn hier so ah ja nein 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 mods fehl mods fehl Wee-wee-wee-wee-wee-wee! Wee-wee-wee-wee! Musik Falscher-chanel Musik Wie früher hat er das gemerkt? Der Arena ach so mehr da kann ich nicht helfen doch warte kann ich kann mich einfach mal ok das wird nichts da fällt doch irgendwas um mein doofes teil was du gerade angemacht das könnte es aber wirklich gerade gewesen sein ich glaube das ist es auch irgendwo in der ecke ganz oben rumpacken was tust du das sieht besser aus jetzt gemein von dir ich finde das orange sieht ein bisschen besser aus ok gut dann machen wir dann ändern wir jetzt halt alles da ist es wieder jetzt ist wieder weg und da war es wieder geht das eigentlich aus wenn man das spiel mal beendet nein scheiße dann haben wir jetzt eine weitere battle royale die nicht funktioniert erstens mal funktioniert die ja nein tut sie nicht weil das ding darauf liegt alle hassen dich oh warte du hast was vergessen du hast vergessen die schalter von innen zu bemalen nein doch warum hast du eigentlich von innen schalter damit doch von innen auch aufmachen kann die pfeife darf man aber nicht da ist es das rothaus in blau einfach noch mal da ist es wieder erst dunkel das ist nicht so cool das ist mehr so lila das ist nicht so cool aus wenn ich was machst du hey wir machen das wir ändern das auch noch ok nach großen systematischen veränderungen würde ich sagen ich werde jetzt die aufnahme hier beenden ne hey hallo so bist jetzt zufrieden guck dir an wie das jetzt aussieht hallo 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 äh kannste mhm merkst du wie alle lachen merkst du wie alle lachen warte ich ich finde das ne schöne 2 sieh ja voraus wie so ein fragezeichen was behindert ist sieht erstens mal wunderschön aus nein Ok, beenden wir die Aufnahme Tschüss